Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute PSG macht den Haaland. Nach Abpfiff macht sich das ganze Team über den Norweger lustig. Wie ihr alle mitbekommen habt, ist gestern Borussia Dortmund ausgeschieden aus der Champions League bei Paris Saint-Germain. Nach dem Spiel kam es zu sehr lustigen Szenen. PSG-Verteidiger Thilo Kehrer hat die Nachahmung von Erling Haalands Yoga-Torjubel durch mehrere Spieler von Paris Saint-Germain mit einem Augenzwinkern kommentiert. Es gehört zum Geschäft dazu, dass man sich ein bisschen revanchiert, sagte der Abwehrspieler vom PSG nach dem 2-0-Sieg gegen Borussia Dortmund bei Sky. Dortmunds Sturmjuwel Erling Haaland hatte bei seinem Doppelpack im Hinspiel zum 2-0 mit einer Yoga-Pose auf den Rasen gefeiert. Im Rückspiel kopierte Paris-Star Neymar nach seinem Treffer zum 1-0 den Jubel und nicht nur das, nach der Partie zeigte ein Großteil der gesamten Mannschaft die Pose. PSG verbreitete das Foto auf Twitter. Kehrer wollte die Reaktion seiner Teamkollegen nicht zu hoch bewerten. Man kann darüber diskutieren, ob das sein muss oder nicht, aber ich finde, das gehört doch irgendwie dazu. Da sind Emotionen dabei und die muss man auch nicht verstecken, sagte der 23-Jährige. Der Sieg gegen den BVB war für den Ex-Schalker dennoch eine besondere Genugtuung. Ich trage Schalke immer noch im Herzen und deswegen war ich nochmal extra motiviert. Als Ex-Schalker den Dortmund an 1 auswischen, etwas Besseres, das gibt es eigentlich gar nicht, sagte Kehrer bei Sky. Ja, was seid ihr von der Pose von Neymar bzw. der ganzen PSG-Gruppe überzogen oder gutes Rauslassen von Emotionen? Ich sage eher zweiteres, ich finde es gut. Man muss da auch nicht immer alles ernst nehmen, sondern kann es auch wirklich mal mit dem Augenzwinkern hinnehmen und es gehört auf jeden Fall dazu. Also wer der Extrovertiert feiert, der darf sich dann aber am Ende nicht beschweren, wenn das nachgemacht wird. Deswegen finde ich das nicht so schlimm. Aber schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist eine Informationsweise von Neymar.